Der Sonax Pflegeratgeber Das Sonax Xtreme Kunststoffgel Außen Nano Pro pflegt unlackierte Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen, zum Beispiel Stoßfänger und Zierblenden. Einfach das Gel mit dem Sonax Schwammapplikator Supersoft auf ausgeblichene Kunststoffteile auftragen. Winzig kleine Nanopartikel dringen tief in die genarbten und strukturierten Oberflächen ein und bewirken so einen dauerhaften Schutz und eine lang anhaltende Konservierung. Kurz nachwischen mit einem Sonax Mikrofasertuch. Die behandelten Oberflächen erhalten eine intensive Farbauffrischung und einen tiefen, satten Glanz. Ideal auch für Reifen und Gummiteile. Sonax Xtreme Kunststoffgel Außen Nano Pro ist transparent und daher für alle Farben einsetzbar. Der Sonax Pflegeratgeber